Den haben wir. Oh cool, Co-op, sehr nice. Komm her. Haben wir, perfekt. Will nicht plündern, egal, dann lassen wir das einfach mal. Und auch, ne, markierten einfach nicht. Komm her. Haben wir. Sehr gut. Wo sind wir jetzt? Am Ende vom Schiff oder was? Oh, unsere Ausrüstung. Perfekt. Wir stehlen eine Brick. Nimm was du brauchst. Eine Minute. Ich würde gerne das Schiff übernehmen. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. So, jetzt geht's los, das Assassinen-Abenteuer. Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schritt für die Flucht. Das ist ein Brick in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Ich muss 23 Piraten befreien. Ja, den haben wir. Komm mal her, Kollege, komm mal her. Haben wir auch. Alle mal markieren. Haben wir. Vielleicht ein Doppel ausschalten, oder auch nicht. Den haben wir auf jeden Fall down, das ist schon mal gut. Und den schalten wir auch noch aus. Down ist er. Jetzt befreien wir die Leute hier mal. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Okay, wie viel haben wir? Neun. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Schiff befrieden, sag ich jetzt mal. Dann mal hier rüber, ne? Uh, das ist ja geil. Ja, dann kommt mal her, ihr Kollegen. Mach ich euch zu schaschlik. Gut, damit sind wohl alle down. Und die befreien wir jetzt hier. Jetzt müssen wir zwölf haben. Genau, wie erwartet. Kommen wir da rüber? Oh, das ist ja ein dicker Pott. Den hätte ich gerne als Schiff. Auch noch ausschalten, wie sie alle keine Ahnung haben. Schön von hinten, den Kapitän abwurzeln. Zwei. Wird ja immer besser, ey. Lassen wir sie frei, mal gucken. Gibt's noch weitere Gefangene, aber hier drüben. Also ins Meer würde ich nicht so gerne. Müssen wir tatsächlich hier rüber. Kommen wir. Und auch er ist kaputt. Jawoll. Gucken, dass wir hier rüber kommen. Warte mal, das ist doch so ein Schwingseil, oder? Ja, perfekt. Weil über das Meer will ich tatsächlich nicht schwimmen. Was ist los, Kollege? Ich zeige es. Regen ist natürlich super geil gemacht. Kannst sagen, was du willst. Auch er ist weggeschnippelt. Müssen wir nur gucken, dass wir da rüber wieder kommen. Zu dem anderen Schiff. Ich frage jetzt nur, wie? Hüpfen ins Wasser. Und schwimmen rüber. Klettern hier rum hoch. Ist ja eine Galeone, letztendlich. Ich mag das Kampfsystem von Assassin's Creed einfach. Ich mag das Kampfsystem von Assassin's Creed einfach. Und den nächsten hinterher. Sehr gut. Ja. Haben wir. Wo sind die Gefangenen? Hier unten im Schiff wahrscheinlich. Ich habe ja gekontert, aber was soll's. Na komm. Hier kriegst du auch noch mal einen mit. Bin ja nicht so. Yeah. Beide geschnetzelt. Lassen wir die auch noch frei. Unsere erste Crew. Ich glaube wir haben alle. 23. Wir haben alle Piraten auch befreit. Das ist natürlich gut. Ich geh halt nur mit. Was? Ah hier. Sehr gut. So. Und jetzt müssen wir hier rüber. Ach das war die. Die wir nutzen wollen. Unser neues Schiff quasi. Und down ist er. Das Schiff stehlen. Das machen wir doch auch. Alle an Bord, Leute. Den könnt ihr bei eurem Begegnis, ihr Hafendirn. Da kommt eine Rolle ins. Geil. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast. Ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Na dann mal los, Leute. Unser Schiff wohlt endlich hier. Passt auf diese Galleonen auf. Dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst. Zu langsam für das Wetter. Na Captain. Eine Seite genau da rein. Eine Seite genau da rein. Auf dein Zeichen Captain. Befehl was dir sinnvoll erscheint fast. Wir sitzen in der Klemme hier. Sehr gut. Die wissen was zu tun ist. Die bringen uns heim. Unter auf den Grund. Sehr gut. Das sind keine Gegner für uns. Feuer! Warte mal. L2 und was mit Feuerfässern? Sind bereit Sir. Sie haben wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet. Wollet ihr mich veralbern? Warum ist unser Schiff nicht los gefahren? Könnt ihr nicht bei den Galeonen quasi direkt an der Ghetto schieben? Ach jetzt kärzt oder was? Die wissen was zu tun ist, die bringen uns heim! Feuer! Jawohl. Feindliches Feuer! Halten sie L2 zum Zielen und drücken sie R2 um sie abzuwerfen, ok? Ach, wollen wir nach hinten gucken oder was? Vorsicht Mann! Ich sehe sie! Riesenwellen können verheerende Auswirkungen auf ihr Schiff haben. Wenden sie ihnen die Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt dies nicht, halten sie Viereck gedrückt um in Deckung zu gehen und Schaden zu minimieren. Ok, Moment, ich sehe sie nicht, aber da kommt sie! Scheiße Leute! Oh du Shit! Was derandi Mai Wie Wasserhose, Moment, Moment was? Wollt ihr mich verarschen? Es ist tatsächlich die Wasserhose Lecken sie doch am Eimer Scheiße Leute! Leben wir noch? Leben wir noch? Wir leben noch! Noch ne was zur Hölle! Oh Gott! Ne, überhaupt nicht gut! Wie das Wasser übers Deck läuft, wie geil! Ne man, ich bin ja da nicht rum! Was soll das? Für Richtung Ziel, nicht zur Wasserhose hin! Leute! Wo Steuerbord? Links oder rechts? Ich seh's nicht! Von da vorne, ok, ich seh's! Das schaffen wir, das schaffen wir! Einfach drauf zu halten, nur noch 700 Meter! Jawoll! Noch ne Wasserhose, scheiße! Weg davon! Oder? Oder? Der hat genau drauf zu! Wir gehen links dran vorbei! Wenn sie nach rechts geht, dann gehen wir links rum! Jawoll, 500 Meter noch! Wasserhose ist an uns vorbei! Ne riesige Welle, trotz allem! Alter! Jawoll, wir haben's geschafft! Wie geil ist das, der Mitte! Es wird wieder besser, das Wetter, glaube ich! 200 Meter, dann haben wir's geschafft, denke ich! Was ne Mission! Sau geil! Beste bisher! Und das mit dem Wasser über dem Deck und alles, das sieht schon Hammer aus! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Sehr gut! Nein! 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 Wir? Nein! 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 Mann! Aber vielen Dank für deine Hilfe. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ja, aber wie? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtan! Wir nehmen die Gute mit heim! Jawoll, unser Schiff. Das war die beste Mission bisher. Ich würde sagen, da machen wir aber auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich für's Zusehen und sage Tschau Tschau, bis zum nächsten Mal.